Ich hab knapp 80, sieh gut 20. Tja, das ist wie bei einem Oldtimer. Wenn eine Fahrerfängerin aus Gas drückt, dann freist er auch ein Motor. Herr Zammler! Ach, das ist ein Wunder. Ich bin schon 100% freundlich an mein Fenster gelopft. Zum Fenstern bin ich Grüße gekommen, oder? Wollt ihr ein Kurschen von mir? Ach, nein, um Gottes Willen. Und übrigens, ich weiß recht und nicht zander. Tra-di-tra-da-di-post. Ach, halt ein Kurschen. Mitgermeister Warnmann. Was für ein freundlicher Anfang. Ach, übrigens, mein Beileid. Wieso? Sei flau. Brauchst kein Wunder, gratulierbar besser. Wieso in Trauer? Gibt die Hupfe jetzt raus, oder nicht? Ach, ich mag's denn von jeder? Kannst du's heiraten? Hast dein Trauer ja jetzt auf eine Woche verkürzt. Also, wie wenn ich hier ein sehr trockenhaum plus neuer heiraten würde. Nein. Deswegen bin ich da. 10% Trafakt für frisch verwitwerte. Ach, jetzt machst du mal ein Paar schnitt. Eine Typveränderung. Mal zu gestern das Hackstock rein, und kannst das Qualett-Tänzer wieder raus. ein gutes O ein 10% Trau Wenn ich ... Nein! Dankeschön! Nein, was schieb! Schon wieder! In fünf Tagen! Hey, Enti! Müsst ihr euch gar nicht arbeiten, wenn ihr von den Buskutsch noch nicht rauskommt? Nein! So! Kennt ihr zwei? Selbstverständlich! Steckt gleich! Die Worte kennen sie untereinander! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Ich seh schon! Gehen euch zwei da stehen? Dann geh ich mal wieder! Weiter! Seh schon! Außer ist keiner da! Bist du sicher? Ja! 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 Das heißt nix! Ich muss sparen! Und eine rauszuwerder Strom auf die Hausgemeinschaft! Ja! Weil ich die Farbe, die ich aufgetragen habe, muss ich die Wärme einwirken und danach leuchten deine Haare wie ein Sonnenuntergang auf die Hölle Riffa! Ja! Das ist der Riffa! Ich möchte die Rauschen, nur so ein Kanarienvogel! Aber jetzt schreibt ihr nur, Rudi, ich mein' sie geht nicht absolut, ja! Ja! Einer zieht's dich mal da hin! Dann läst ihr meine Zeitung! Die Bunte der Welt in der Frau in der Bild an schöne Wochenende! Hast du nix mit gnocchere Weiber? Ja! Ja! Wenn ich heute 39 auch bin, da steht sonst im orthophagischen Hüftalter! Halt's glücklich miteinander, oder? Sie können regnen! Unverständlich von Gschriften! Und wenn er straut ist, dann geht es! Groß! Schatz! Alle wirklich sind ja! Schatz! 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 Wambal! Wambal!